So und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Lampenwirtschaftssimulator. Will das Kabel gerade nicht ey wie mies. Ja seit die Season Mod drin ist, da brauchen wir einen kleinen Ticken länger, warum auch immer. Naja ist auch nicht so dramatisch. Bin ja eh gespannt wie wir uns da jetzt so durchboxen. Ein paar Sachen haben wir ja, wir waren ja jetzt gerade unterwegs, die Strohballen zu verkaufen. Die Strohballen wollten wir jetzt glaube ich wegbringen, naja das kriegen wir schon hin. Ich hoffe dass der Preis ganz vernünftig ist, wobei wenn ich überlege, acht Stück und so zweieinhalb tausend kann man ungefähr rechnen. Ist ein bisschen was, vielleicht kriegen wir, also wenn wir wirklich so einen Hammerpreis kriegen. Zu wünschen wäre es sonst, war ich jetzt richtig? Ja, war richtig. Weil dann könnte man nämlich vielleicht das ein oder andere uns dann hinstellen. Zum Beispiel noch ein Gewächshaus oder sowas. Ja, was das ordentlich ein bisschen, was das ordentlich, aber zumindest was Asche bringt. Dann würde ich glaube ich, ich weiß gar nicht was wir jetzt da hingestellt haben, aber ich glaube ich würde uns dieses Hanfding hinstellen, was wir hatten, bei Fichtelberg oder auch Fichtelberg, in Fichtelberg, ja in Fichtelberg. Weil das, das hat ganz gut funktioniert, das war echt ein Schnieke, das hat ordentlich Asche gebracht. Ich glaube 200 die Stunde, ja das war schon ganz okay. Ist das schon das, wo ich hin will, ja das ist schon das, wo ich hin will, ich bin ja relativ fix hier. Gucken wir doch mal, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Und was wir dann dafür kriegen. Okay, ich glaube das ist nicht unbedingt der Weg, der hier gemeint war, aber ich fahre jetzt trotzdem hier so lang. Ist der hinten oder was? Witz am Arsch der Welt hier, Entschuldigung, das ist zu sagen, aber ist ja so. Ich fahre jetzt mal außen drum rum, ne, ich fahre jetzt nicht über die Wiese und so. Ist das wirklich dann das, wo ich hin muss? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, warte mal. Ich steig mal kurz aus, guck mich nochmal kurz um, aber eigentlich scheint es der Verkaufspunkt zu sein. Ja, hier ist sonst nichts weiter. Dann muss es sein. So, Moment. Und? Naja, wunderbar. Uh. 470. Das gab jetzt nicht so wirklich viel. Ja, wir hatten 6000 so knapp, also irgendwas mit 4000. Nicht ganz. Ja. Super. Toll. Also das hat sich überhaupt gar nicht gedauert. Egal. Geil. Immerhin ein bisschen was. Ja, immerhin ein bisschen was. Das, äh, müssen wir positiv sehen. So, das bleibt mir jetzt ja auch nicht übrig. Ich kann nicht durchfahren? Ja, sehr schön. Das heißt, ich werde so ein bisschen quer durch die Budnik hacken. Ja, sonst machen wir erstmal so eine Mission für einen anderen Bauern oder sowas, ne. Na ja. Gibt ja genug zu tun, hoffe ich. Schauen wir mal. Hier rechts ist doch so ein kleines Feld. Dann gucken wir doch mal, dass wir erstmal hier mal kurz was machen. Schöne große Wiesen. Hier kannst du ordentlich mähen. So. Guck mal, ja. Was haben wir denn hier Schönes? 33 Minuten. Für 4000. Uah. Was soll ich denn da machen sehen? Mit der Maschine. Was soll da jetzt? Und da ist keine Mission verfügbar. Eben war aber noch eine verfügbar. Boah. Echt jetzt? Gibt's denn sowas, ey? Guck mal, Feld 76. Das ist nicht so groß. Ja, ich glaube das sind noch so die Reste vom, ähm, bevor die Season Mod installiert wurde. So, kurz schauen. Was hat er denn hier? Na ja, komm, mach mal kurz. Ist egal. Ich bin momentan für alles dankbar. So. 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 Die richtigen Reifen drauf. Wundermelchenhaft. So. Wunderbar. Ähm. Und. Gib ihm. Gehen. Ja. Wollen wir rauszoomen und dann sehen wir ja schon, das geht hier ratzfatz, ne? Ja. Kein Thema. Also von daher, diesen Düngerstreuer mag ich auch total gerne, weil er ist billig, du brauchst keine großartige Maschine dafür und, ähm, du kannst einen riesen Bereich abdecken. So. Ja. Super geil. Und Dünger, also gerade dieser Düngerstreu, der kostet ja echt kaum was, ne? Das ist ja ein Witz. So. So. Haben wir schon fast alles geschafft hier. Mhm. Das sehe ich immer gerne, wenn es da oben so richtig rast, ne? Ja. Oh, meine. Sollten wir mal ganz, ganz locker schaffen. Das sage ich jetzt so. Gut, es kann natürlich immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, ne? Spontaner Schlaganfall oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm. Hoffe ich natürlich nicht drauf, aber man weiß ja nie. Deshalb immer, immer versuchen so schnell wie möglich. Natürlich sauber und ordentlich, ne? Ist ja klar. So. Na gut, es sind gerade nur 777, die wir kriegen, aber hey. Immerhin 777, die wir so sonst nicht hätten. Spontan. Das ist ja wirklich nur ein Traum der Rede wert, der Aufwand hier. Da kurz mit so einer Maschine drüber jockeln. Ach komm. Nicht jetzt. Da wollen wir uns, glaube ich, nicht beschweren oder sowas, ne? So nach dem Motto, es gibt nicht so viel Geld. Ich wollte gleich Millionär werden. Ja gut. Boah. Willst du was für tun, ne? Hm. So. Einfach mal eben so. Nur weil man es sich wünscht, wird man nicht. Es sei natürlich nur mir Papi so ein Scheiße reichen. Ist das für was anderes, aber. Ja. In wie vielen Fällen trifft man das zu? Und ich glaube, in so einem Spiel trifft es auch nicht unbedingt zu. So. Da haben wir was. Gut, jetzt ist erstmal keine Mission. Ist klar. Da fahre ich ja mal zu Feld 78 rüber. Ja. Dann machen wir so ein bisschen Mission heute. Und dann müssen wir ein bisschen Geld ranschaffen. Mhm. Nachdem der Verkauf eben nicht so viel gebracht hat. Kriegen wir dann vielleicht ein bisschen mehr durch die Mission. Missionen. So. Guck mal her. Was hast du denn hier? Das ist okay. Dauert auch nicht so lange. Kann ich schon? Nee, kann ich natürlich noch nicht. So, jetzt aber. Geht er doch ganz schön in die Knie. Egal. So. Und einfach losfahren. Ja, aber ich habe die Hoffnung, dass wir von der Performance halt oder nicht. Macht der jetzt oder macht der nicht? Heller. Oh, macht der nichts. Ach doch, aber man siehts nicht. Okay. Ist ja mies. Okay, das ist echt mies, da muss ich jetzt, oh weia, da muss man aber richtig drauf achten jetzt dann hier, scheiße, das liegt dann halt an der Season Mode entsprechend, aber eigentlich wäre ja jetzt gar nicht die Zeit dafür, wobei ja doch mittlerweile könnte es, so viele Tage, die schon vergangen sind, oder, sind schon, könnte sein, so, fahren wir halt hier immer im Kreis und dann kriegen wir das schon hoffentlich hin, ich hoffe es wirklich, natürlich echt blöd, da hab ich gar nicht dran gedacht, na gut, wir haben jetzt schon ein Viertel, ja doch, man sieht es ein bisschen, man kann es ein bisschen sehen, jetzt gerade fällt mir das auf, ach sauber, okay, dann bin ich glücklich und zufrieden, halbwegs, flimmert ganz schön, ne, warum eigentlich, ich hab doch hier volle Kante, Kanten-Ulertum drinnen, das ist ja richtig schrecklich aus, übel, ey, das hab ich auch noch nicht so gesehen, ey, Wahnsinn, echt Wahnsinn, na gut, ich mach auf jeden Fall weiter, wir sehen uns dann ja morgen wieder, bis dahin, euer Mr. Zogger